Ja, guten Tag, liebe Redaktionen der Rheinzeitung Koblenz. Ich werde euch allen einen Link schicken zu dieser Sache. Und ich verstehe es wirklich nicht, dass ihr genau die gleiche Scheiße abzieht, wie die westfälischen Nachrichten in Münster. Die haben nämlich auch einige große Artikel geschrieben und jetzt auf einmal, ganz plötzlich, gelte ich als verbrannt. Komisch. Es geht hier immerhin um einen eurer bekanntesten Schauspieler in meiner Heimatstadt Koblenz, Herrn Hermann Burg. Und findet ihr nicht, dass dieser Anruf ziemlich eindeutig ist, dass dieser Kerl auch noch andere Leute missbraucht hat? Das ist doch ganz eindeutig. Erst gibt er es zu und dann fragt er mich, wer sind sie denn überhaupt? Das ist eine ganz schöne Hammer-Story und da wollt ihr nicht drüber berichten. Ja, dann berichtet doch wieder wenigstens darüber, was ihr über mich wisst. Ja, das ist vielleicht der wichtigere Grund, warum ihr nichts schreiben wollt. Ich habe nämlich die Schnauze von so einem Kack-Journalismus voll. Ihr könnt euch nicht Zeitung nennen, wenn ihr zum Beispiel Sebastian Schalles hier, dieser hübsche Reporter, ja, mit dem habe ich auch gesprochen, mit den meisten habe ich telefoniert. Die habe ich alle angerufen. Und hier gestern, Herr Lindner, wir reden nicht mehr mit Ihnen. Wieso? Was ist denn? Ich bin in Koblenz, hatte ich mein Outing mit 16 Jahren. Ich bin mit meinem Mokik vom Bahnhof umgefallen, weil ich eine Nervenentzündung im Rücken hatte und bekam eine Rückenmarkspunktion. Wissen Sie, was das heißt? Weil früher gab es nämlich noch keine Tomografen und keine CAT-Scan. Die konnten nicht einfach mal gucken, aber die haben mir gesagt, es könnte ein Gehirntumor sein. Ich war 16. Wissen Sie, was ich durchgemacht habe mit dem Arschloch Hermann Burg, ja? So, und jetzt habe ich ihn eindeutig überführt, Herr Peter Meuer, Redaktionsleiter, dann beweisen Sie das mal. Schreiben Sie endlich die Wahrheit. Drucken Sie die Wahrheit. Weil es kann noch andere Missbrauchsfälle geben und Leute, die das in der Zeitung dann lesen, die vielleicht auch den Mut aufbringen. Die brauchen nicht ihr ganzes Leben warten, so wie ich. Verstehen Sie das? Das nennen Sie Journalismus. Ich nenne das Verarsche, Volksverarsche, was Sie hier machen.